du gerade da hinten ja guck hinter dir oben vom Felsen na du hast gesagt ich soll den dort hinsetzen aber wieso kriege ich denn das Ding jetzt hier weg das nervt gerade maximal genau hinter mir ist nämlich unser Haus und du musst das dann quasi hier irgendwie hochfrauen kannst du mir irgendwie Stehne runterschmeißen ist das ne warte mal ich habe hier stimmt ich habe hier welche da unten die Stehne kannst du abbauen ja bis mir auch gerade eingefallen sind die nehme ich nie da mach das nie weil ich immer noch diesen 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 Rohr Prototyp da bei mir drin hab als könnte ich das Rohr bauen und mit Kuh funktioniert es nie Mausrad oder rechte Maustaste mal drücken achte rechte Maustaste Postklaube genau danke nach der Kleid hast du voll bist Chantal die Wohnung nicht nüchtern boah da kann ich nicht wunder warum hier nichts mehr reinpasst ich brauche 16 10 Steine na gut zum Glück das Holz habe ich noch irgendwer hat mir gerade eine Freundschaftsanfrage geschickt überrascht sie ach so Walhart oder so wie er hieß genau ah ja ich kann das ist dieser jetzt 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 sage ich mal live im stream diese phantomio oder wie der heißt ne da 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 der typ ist episch bin ich ehrlich der typ ist einfach nur creme scheiße vor allem den sein spruch hier vor uns unter einem video ich habe ich musste laut lachen meine frau guckte mich fragend an das Gesicht hätte ich gar nicht gesehen ja ja es funktioniert so episch da hinten um kannst du dort hinten irgendjemand eine Flacke oder sowas setzen damit ich auf weis wo ungefähr Mädels folgen also das funktioniert schon so das ist premium das ist echt creme da mal licht wieder eine Sekunde warten toll die dinger können wir auch keine Schwerkraft klasse ok dolly flitzt steam overlay wird gar nicht angezeigt ne wenn du das aufmachst bei OBS ist ja cool na kommst du jetzt mal her hier jetzt nein nein oh man an die mag dich nicht mehr schnöcki pöpsi schnöcki pöpsi a pöpsi wo habe ich jetzt meine schildkröte gelassen die ist weg oh verdammte axt na mit der axt sollst du stein abkrabbeln mit der axt schnöcki pöpsi ich habe keine Schandal als zartes Wesen sondern Schandal als Schwerlasttransporter ich kann mich nicht mehr hoch alter leck mich doch am Arm ja ja wieder zurück so wo ist jetzt ungefähr die Höhe wo ist jetzt die 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 Bude die Buchte von uns ich komme kleiner mal runter ich krieg ich krieg die ich krieg das ding tut nie ab dass sie da transfer alle items hat sich ja gelohnt transfer alle items so da haben wir da erstmal ein schönes leeres Inventar ach ich kann ja gar nicht mehr springen weil keine Ausdauer nischt und ich dehydriere aber wieder ja ich auch deswegen krieg schon keine Ausdauer mehr ist das neu vorher zu sonst immer noch Ausdauer rein regenerieren können oder ja eigentlich schon also ich dehydriere nie he 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 ich krieg bloß Schiss wenn ich das Vita von dem Wasser sehe na dann geh kuscheln das körper kann man zum Wasser wieder hechten oh ach Mädels seid ihr auch mittlerweile da ich bin schon lange da meine so kleines niedliches Schilder der Erdschropp wieso weil da da Dino ist und die sind immer noch wow der kommt immer näher und die sind immer noch Piranhas im Wasser gegen die Gewusschauer werden können ich hab keine Sperre einstecken weil ich den Inventarplatz brauche ah ja doch einen hab ich einstecken wow wow sag mal was machst du so ein Lärm he oder das sieht so creme aus der Spiel ist doch so weit entfernt wo bist denn du? beim Erdtrop und du tippst doch ein oh nice ich zerlaufe wieder zwei Schränke hm wie beim Erdfahrt und ein äh so eine Feuerstelle wo du Suppe oder sowas machen kannst cool ach so ein Kortab ja cool hast du gelohnt ja das ist wohl wahr so nah ist der Spino bei dir ne ja ich bei den bei den Fischern bin ich lieber vorsichtig dass die kuscheln ne ne tut nicht nutmeinsther ne 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 ich krieg bloß die ja ich stelle weil ich eh schon mal hier unten bin ich krieg bloß die 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 roche nie wieder raus äh äh na dort wieder näher. Das ist das blöde. Gedrückt halt und dann demolisch. Wenn die in der Luft sind, vor allem. Hä? Hm. Da ist die Bruder. Du musst hin. Da oben. Siehst du mich? Ja, gerade so. Ja, ja, ich sehe dich schon. Du musst echt aufpassen, dass du das wirklich gerade hinsetzt. Na, wir haben ja mehrere Versuche. Das Problem ist ja nicht. Es gibt ja, wir haben ja genug Steine. Aber sonst wird es kriminell. So. Ja. Ich hoffe, das passt so. Jetzt muss ich nur... Ach, du Scheiße in den Korb noch hier unten. Ich brauch's nicht. Gibt die? Nee, warte mal kurz. Karno legen. Oh, Scheiße. Bin voll. Darf nicht so viel. Ich weiß, es ist warm, aber... Du gehst grad auf den Trizera-Tops. Das ist meine Chance. Ja, ich muss mich grad mal entleeren. Ich hab grad eine ganz klorreiche Idee da gehabt. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Du wurzelst dich nie wirklich grad mit dem. Doch. Ich krieg das Zeug dort nie ab. Das ist grad ein bisschen scheiße. Ähm, warte. Warte, warte. Seht ihr das, Leute, von so einer Dreckschenblurre trinken wir? Shit. Der hat gewonnen. Gifty. Gifty. Ja, bin doch schon unterwegs, halt, die Frau's GD-Zug. Scheiße, ich hab dich verlobt. Der ist Level 40. Fuck. Was? Was bist denn du genau? Der ist Level 40. Der tot bin ich jetzt. Ei. Bist du unten am Wasser gewesen, oder wat? Wenn du von der Base kommst, rechts runter, den Berg? Also doch, dort unten. Ja. Okay, den einzigen, den ich grad sehe, ist ein Trizarat, habs. Und den Karnusse ich bloß nie. Ehrlich gesagt, heute auch nie. Bin ich blind, oder ich bin blind? Äh, ich tipp drauf, ihr seid blind. Ja, ich bin so oder so noch nicht so weit wie du jetzt beim Laufen. Alter, war das ein Leck. Äh? Äh? Achtung. Huchala. Jetzt bin ich grad mit meinem Popschutz an mein Mikro gekommen. Wo hat die Samisch gefressen? Ich will mein Zeug wieder haben. Der Karnus kann doch nicht wo los verschwunden sein. Hab ihn. Fuck. Ich such mein Zeug, wo ist denn das? Fuck. Nein. Boah, ich bin tot. Boah, ich bin tot. Wer? Gifti. Halt'n Kleist da. Mein Zeug ist weg. Bis wo meins ist und da ist aber ein Karnus. Ich seh den Karnus. Ich seh den Karnus. Ja, ich seh alles bloß in den Karnus. Ich würde sagen, ich nehm mal die Saurier mit, oder? Jungs? Ach, du Tief. Der hat's auf mich abgesehen. Ja, ich seh's gerade. Der hat's auf mich abgesehen. Der hat's auf mich abgesehen. Hilfe, Hilfe. Ja, renn doch in meine Richtung. Nein, lass mich in Ruhe. Es leckt. Scheiß OBS. Und du bist tot? Ja. Warum ist denn der bei dir Level 40 und bei mir Level 47? Okay. So, mein Schlafsack ist weg. Ich darf jetzt zu euch laufen und mein ganzes Inventarzeug, Scheißzeug, Mistgedöns ist auch weg. So, gerade zu meinem zu kommen. Ich freue mich, wieso das weg ist. Keine Ahnung. Mein Rucksack. Uah. Hält du? Hält der, war der gerade noch hier? Der ist im Wald. Eingangt. Warum auch immer. Okay. Achstehen. Ich flitze nach oben. Dazu haben wir uns, dass wir uns abgesehen gehabt konnten. Auf mich? Nee, da rennt es wieder. Da rennt gerade für ein bisschen random voll rum. Oh, bei Twitch sieht die Qualität echt mies aus. Na, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde eigentlich die Qualität zur Premium aus bei mir. Ah, teilweise. Oh, weiß ich nicht. So, wo ist jetzt eigentlich dieser Tersaurier mit der Heckflosse hin? Oh, da drüben sehe ich ihn mit so einem Hammer am Schwanz. Da ist ein Piranha. Dinos brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Bessert erstmal in Vordergrund stehen. Na dann. Aufi! Oh Gott. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Cool. Überleg. Was rennst du jetzt? Ich? Auf gar nicht. Ich bin runtergesprungen. Bin gerade ein bisschen Baden gegangen. Nein! Lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Alter. Klar, klar gegen Dreieb. Weg, 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 weg. Die Dumme ist, ne? Dieser Ort Schrankwand und alles ist ja auch weg. Scheiße. Ich habe bloß Endsperrqualität 1 und mir reibt... Oh, ernsthaft. Mir gucken gerade drei Piranis am Arm. Aber Piranis gehen eigentlich. Ja, wie schon gesagt, ich habe Einsperrqualität... Ja, es schafft. Na, jetzt kacke ich erstmal eine Runde. Ob ich die eigentlich verschächen kann, wenn ich die mal ankacke? Das wäre auch eigentlich mal eine Idee, oder? Versuch, macht klug. Oh, ne, ich, 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 ich traue mich gerade gar nicht hier wegzugehen, ey, das ist ohne Witz. Äh, ich muss jetzt nur hoffen, dass ich dem Karno nie begegne, irgendwie. Also bei mir hat es geklappt. Was geklappt? Dass ich dem Karno nie nochmal vom Weg gelaufen bin. Ne, du bist ja bestimmt nur in der Base gespawnt, oder? Ja. Na, das ist das Mogo nie. Oh, meine arme Socke. Baba. So. Wie ist denn meine Hand feucht? Was hast du mir jetzt gedankt? Draufgekackt? Ne, eigentlich nie. Du sagst es doch gerade, du hast gekackt. Ja, im Spiel. Ja, das hast du ja nicht dazu gesagt. An jeder Seite. Schaffe ich das jetzt darüber, oder schaffe ich das jetzt nicht darüber? Ihr wollt doch eigentlich alle sehen, wie ich sterbe, ne? Das finden die Leute meist lustiger. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich wollt Pänebären. Da dir das Sterben am leichtesten irgendwie fällt. Juhu! Bäh, 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 bäh. Ha, geil. Hat jemand Dolly gesehen? Nein. So, also ich hab jetzt erstmal wieder 17 rohes Fleisch. Boah, ich muss gerade Bären anmaß fressen. Weil der eine Piranha ist gerade tot. Gifty? Hä? Ich brauch ein neues Leder-Tress. Ja, ich bin gleich dabei. Und Schlafstack. Oh, ich hab zwei Zuschauer. Einer davon bin ich und einer... Hallo, Zuschauer. Oh, Mann! Oh, Herz-Kasper-Pohr. Äh... Herz-Kasper-Pohr, das geht ja gar nicht. Einmal großes Sterben, oder was? Also, entweder leckt das Stream oft oder keine Ahnung. Warum? Also, ich hab ja einige Lecks ab und zu war. Also, bei mir sieht's alles aus, ob der Stream ab und zu lecken tut. Also, bei mir, als ich gucke über Handy, eigentlich überhaupt nicht. Gifty? Ja. Der Schrank hier unten? Ja, das ist für mich die kurzeste Variante erstmal gewesen. Achso. Weil die Viecher ja zu... Nein! Ernsthaft jetzt, ist mein Sperr abgebrochen. Ach, nö. Na, ich seh's schon, komm, ich muss eine neue Sperre herstellen. Na, ich komm... Aber kannst du ja mal in den Schrank gucken. Ich komm jetzt blöderweise hier nicht weg, weil auf mich warten jetzt wie Piranhas. Oh, Setsch? Stone, auch da? Äh, Stone hab's noch nicht so viel. Aber ich find Dolly nicht mehr. Oder hast du die irgendwo gesehen? Äh, nein. Scheiße, ich komm hier nicht weg. Warte mal. Lodi, Kirby, Chantal. So. Schaff ich das jetzt bis darüber? Sag's mir mal, Leute. Ich weiß es nämlich nicht. Äh... Nein! Nein, 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 nein. Carlo beim Airdrop. Warte mal. Kirby, Chantal? Äh... Korno geht? Wohin geht Korno? Da will ich auch wissen, was im Outdrop drin ist. Äh, ich glaub's auch. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Premium! Äh, nee, da trau ich mich jetzt nicht runter. Das ist nur der Korno, ist sehr verdächtig nah an unserer Base. Da ist er. Oh, hier krieg ich noch nichts. Ja, ich such gerade trotzdem Dolly. Jetzt hat er auch noch meine Schlittgröte verloren. Ja, irgendwie hat die noch... Wenn du die zu voll machst und du wegrennst, ist klar, dass sie da nicht mehr hinrehen. Oh, ja, ja, ja. Wo sie ist. Muss das für mich dazu erschrecken, aber das geht er gar nicht. Also, ich glaub, ich versuch demnächst zu streamen noch mal mit meinem Aufnahumprogramm. Ah, mit OP-S, weiß nicht, gefällt mir nicht so ganz. Was, hä? Ich such gerade Schildkröte. Schildi? Ja, ich such, äh... Äh, ne, groß Schildkröte. Jetzt hat er noch meine Schildkröte verloren, stimmt. Ich war zum Hansel hier. Viel Spaß. Ah, kommst du auch nie ran an den Schrank. Jetzt bist du überlaut. Oh, Mann, ey. Hast du ihn gefunden? Ich rede von dem Schrank, den du hergesetzt hast. Du kommst von da oben wie ran an den Schrank. Oh, tut mir leid. Oh, ich... Wir sollten an die Schildkröten Teilsonder machen. Scheibenhonig! Wo? Der war gerade ein Zillow. Also, ich putze meine Scheiben mit Wasser und Fetzerputzmittel und so. Und du mit Honig? Das bringt's. Oh, fuck. Wo ist denn da? Hast du jetzt ernsthaft meine Schildkröte verloren? Hast du jetzt... Ich muss auch... Das ist auch meine Schildkröte verloren. Tut mir leid. Oh, dann kommt noch ein Artur Brunner. Na, tot kann's nie sein. Sonst hättest du ja ne Todesmachricht gekriegt. Wir müssen würden, was wir dem Korneutort machen. Tja. Ich hab nur keine Lust, immer allein mit deinem Zorn. Ich hab grad Dienstag, äh, ein Delo gekillt. Das kommt grad wie bei, äh, Dirty Dancing. Ich hab ne Melone getrogen. Ja, bei Dirty Dancing? Ja, klar. Der Gifty Crot. Ich hab, ich hab, ich hab ne Dildo gekillt.